Ja, ich würde sagen, der schöne Sommer ist vorbei. Und mit Erdentomaten, so ist nicht mehr so viel. Wow, guck mal was auf meinen großen Khabarberblättern sitzt. Könnt ihr mir sagen welches Tier das ist? Mann, riesig! Sieht ja aus wie ein XXL Grashöpfer. Wow! Hier nochmal die kleinen Exemplare. Da sitzen zwei, genau in der Mitte vom Bild. Gerade waren sie noch laut. Jetzt wissen sie, dass sie beobachtet werden. Und dann haben wir da den Anhang noch. Guck mal. Da auf dem Blatt sitzen. Ja, sowas entgeht mir nicht. Hallo, ihr seid im Internet. Okay, das scheint ihnen nicht zu gefallen, dass sie im Internet sind. Ich mache es trotzdem. Hier unten mal gucken, ob wir da noch ein bisschen... Oh, das sind ganz kleine. Könnt ihr das sehen? Da, das braune. Pass auf, geht wo ist mein Finger? Direkt über dem Fingernagel. Da, das kleine da. Ein BB Grashöpfer. Spannend. Die hier finde ich nach wie vor hübsch. Hat eine richtig schöne Farbe gekriegt. Da habe ich doch so ein lila-Touch zwischen überall. Das biologisch. Das biologisch. Jetzt kommt die Boerartee. Ich brauche die Boerartee. Die Boerartee. Die Bauche. Die Formula. Die Rechte. Sie können die Boerartee so gut stellen. Ich habe das hier. Über Foi. Sie haben es einen schönen Tag. Und dann einfach, Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020